hallo und herzlich willkommen zur heutigen entspannungsübung du kannst dich bequem setzen oder gerne auf den rücken legen welcome to our relaxation exercise you can sit down or lie on your back möchte dich heute einladen zu einem inneren satz der sich auf deine kreativen fähigkeiten bezieht die sind bisweilen sehr nützlich nicht nur im beruf sondern auch im alltag und vielleicht auch im umgang mit schwierigen situationen today i want to give you a sentence which can help you to be creative not only in your job maybe also in your private life or in difficult situations der satz lautet ich bleibe voller zuversicht und vertrauen auf meine kreativen fähigkeiten the sentence is i remain full of confidence and trust in my creative abilities ich bleibe voller zuversicht und vertrauen auf meine kreativen fähigkeiten i remain full of confidence and trust in my creative abilities wenn dir dieser satz in dieser form zusagt dann lass ihn eine weile innerlich erklingen und spüre zuversicht und vertrauen und kreativität wenn nicht kannst du den satz natürlich jederzeit verändern so dass er gut zu dir passt denke dran ihn positiv zu formulieren kraftvoll now you can continue to speak this sentence inside and feel confidence and trust and creativity maybe you want to change the sentence but then you make sure that it it will be a positive sentence ich bleibe voller zuversicht und vertrauen auf meine kreativen fähigkeiten i remain full of confidence and trust in my creative abilities viel spaß enjoy tschüss bye bye う? so das Ei weiss es gibt es gibt es gibt es gibt es du es du ици basis es es